Wann ist es Zeit, einen Treppenlift einbauen zu lassen? Die Treppe ist eine der größten Alltagsbarrieren für ältere oder beeinträchtigte Personen. Doch wann ist es wirklich an der Zeit, sich um einen Einbau eines Treppenliftes zu kümmern? Erkennen Sie sich oder Ihre Angehörigen in einem oder mehreren Punkten wieder? Ja, Treppen werden nur noch mühsam hochgekrabbelt oder unbeholfen und gefährlich heruntergerutscht? Ihnen fehlt die eigene Kraft und so können Sie sich nicht ohne eine zusätzliche Person, die Sie auf der Treppe stützt, auf eine andere Etage gelangen? Gegenstände werden akribisch auf der Treppe gesammelt, um diese nur einmal auf eine andere Etage bringen zu müssen? Es planen Sie Schmerzen beim Herauf- oder Herabsteigen Ihrer Treppe? Sie denken jetzt schon voller Angst über den nächsten Treppengang nach? Sie vermeiden Etagen Ihres Zuhauses und verlagern Ihren Lebensmittelpunkt und schränken sich stark in Ihrem geliebten Alltag ein? Das muss nicht sein. Ihr Zuhause hat noch so viel mehr zu bieten. Durch den Einbau eines Sony Treppenliftes bieten wir Ihnen die gewohnte Sicherheit und den Komfort in Ihrem Zuhause. Er steigert Ihre Lebensqualität und schützt Ihren Alltag. Schauen Sie sich gerne unser Video, warum ein Treppenlift Sinn macht und man auf keinen Fall zögern sollte, an. Wir unterstützen Sie dabei, den richtigen Lift für Ihre Wohnsituation auszusuchen und prüfen, ob der Einbau technisch und finanziell bei Ihnen machbar ist. Sie haben Fragen rund um das Thema Treppenlift, den Einbau, den technischen Hintergrund oder Fördermöglichkeiten? Dann melden Sie sich jetzt gerne direkt über unser kostenloses Servicetelefon 0800 3x0 8908 oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Webseite unter www.sonylift.de. So können wir sicherstellen, dass wir alle Möglichkeiten in Ihrem Sinne prüfen können. In der Infobox finden Sie weitere Informationen und unsere vollständigen Kontaktdaten. Vielen Dank! Vielen Dank!